Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend, wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Ich habe sie gesehen. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Du siehst du. Ja. Ich verstehe. Ich muss sie sich ausfusieren. Kann ich das? Was? Ja, ich warte? Dann mal... ...dabla. Was war denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. So schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Nein! Das war Spaniel statt, ja? Ja, 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 ja.